Es raucht wie ein Bastard. Warte mal. Das ist glaube ich besser. Okay, let's go, Custom Breaks, 8.691 als Sub. Warte, Ingame soll das bisschen leise, noch 25 Mal. So ist besser. Ich zeige übrigens mit Classic Controller. Ja, weil ich krass bin. Sandy, Zach, Lulk, Kawai Desu, i7JD, Black, Jice, Fear, Taco, Cocoa. Cocoa, ja. Alles klar. Übrigens habe ich eine neue Font, beziehungsweise nehme mir so ein 3 von meiner Gold Font. Und ja, schon halt ziemlich geil, ne? Naja. Passiert, ne? Mhm. Ich glaube, Ingame kann ich doch auf 30 machen. Ja, so passt. So ist gut. So, Kommentar läuft, Aufnahme läuft. Keine Lags. Total Natsby 60. Geil. Ja, ja. Wartet mal. Mhm. Wo sind jetzt da? Gold Font, Alter. Bam. Geil, Mann. Könnt ihr übrigens runterladen, wenn ihr wollt. Ja. Boah, das haben wir schon fast November, Alter. 19.10.2017. Krass. Naja. Was sollt. Mhm. Ich muss feststellen, bei meiner Elgato leckt das bisher noch gar nicht. Weil mein Laptop ist eigentlich total scheiße und der hält so halt auch gar nicht aus. Weil dann wagt das halt nämlich manchmal rum ein. Und bei der Elgato Software, der Screen, ist halt die Videodatei corrupted. Aber es läuft alles rund, also mit Commentary und so, 1080 bis 60. Ja. Kommt halt drauf an, wie die CPU-Auslastung ist, ne? Naja. So ist das halt. Ja, nächstes Jahr ist hier Breitbandausbau. Heißt, schneller aus Internet. Ja, so 100K-Leitung. Die ist schon drin. Hm. Wird geil. Jetzt nennt's Petermann. Alter. Ups. Jetzt ist mein Chess Classic runtergefallen. Ich glaub's nicht. 8.000, 8.000. Naja, naja, nee. Das ist überschaubar, das war. Hm, was holen wir denn? Äh, Toad Raceway. Ah, komm raus. So, dankeschön. So. Gucken wir mal, was das heute erwartet. Bisschen Betrug und so. Aber auch Kettmeier. 100 DCM hat der Maul. Oh, das ist ein Arsch. Oh, das ist ein Arsch. GG Oh, lame Red shell, red shell Oh, fuck you Fip, fib Green Green back Warte, ich ihn ablehnen, Alter Glaubst du ich Hm, komm mal her Hm, warte Jetzt Jetzt Ja, okay, passt Ah, rip Rip, rip, rip Okay Approaching the lines Ja, komm Ja, komm Danke, danke. Mua, fucking idiot. Bisschen Ersten raus, sonst bin ich gay. Oh, great. Rauschen vom Mikrofon ist am Start, aber er juckt mich nicht. Standmikro ist sowieso geil, von daher macht auch so ein Rauschen nix aus. Ach, guck mal, 7, lel. Oh, ich weiß wieder. Lel. Rauschen ist angenehm. Oh, mein Gott. Holy shit. Hey, wer ist denn dieser Luna Freya, alter? Kenne ich ihn nicht. Naja. Und wo war denn? Hm. Um, so am I still a while. Because I'm gay. Ay. 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 I still a while. Ja, weil die alle Lappen vorher haben. Schocken wie ein Pizzadonat. Leck mir am Arsch. Die schocken alle so gay, Alter, wo sind die denn da hinten? Die ganzen Feministen, ey. Schauen wir mal Backspam mit hier, mir reicht's jetzt. Got'em, got'em, shit, the blue shell. Fuck them hard. Die scheiße hat noch 3 Runden, ey. Fuck my life. Was knistert wieder. Oh, Mama. Oh, Lord. Hm. Warte. Okay, passt. Ja, wo sind die alle da hinten? Wer bin ich zu gut oder die zu scheiße? Der zweite. Ja, die hab' ich nicht gesehen. Shit happens. Wer noch mal einen Backspam kassieren? Kein Problem. Gerne doch. Wollte ich halt ein bisschen später schmeißen sollen. Hm, Gott, da hab' ich eigentlich gar nicht. Geil. So. Ja, da fällt man auch immer drauf rein, ne? Da ist halt ein Problem in der, in dem toten Winkel da. Wenn du da hochfährst, da kriegst du da halt, kriegst da halt permanent die Fresse eingedonnert. Das ist das Spiel. Wir nennen es Mario Kart Wii. Hm, hm, hm. So, ich glaub, Pelia freut sich jetzt über meine Lines, die ich gerade hab'. Hm, Target Jog. Nice. Aber WTF, was hab' ich hier für'n Front Run? Look at this shit. Immerhin was Gutes hier mit dem Target Jog. Oh, fuck. Ah, ist gut. Oh, der war nice. Die hab' ich wieder nicht gesehen. Oh, jetzt krieg' ich aber reingedonnert hier. Lack me do am Arsch. Lack me do am Zickerli. Jo, alles klar. Trifft halt nach rechts. Mhm. Alles klar, Funky. Weiß' ich Bescheid. Kaboom. Kaboom. Auts. Ach ja. Ja. Das gibt bloß 40, sag' ich. Oh, das ist beendet. Oh, bloß 67. Ach guck mal, 8, Leute. Geil. Noch'n Renn. Bisschen neuen Car hab. Bisschen neuen Car hab. Weil die alle so gut da hinten sind. Wird eher gesagt, meine Gegner sind so gut, dass ich Klima Express Trains wählen muss. Ich will nämlich auf die neuen Car kommen. Ähm, ja. Ähm, Klima Express. Wo ist denn der Sheet? A, B, C, D, E, F, G, da haben wir G. Da ist er. Ah, guck mal, noch einer. Schon zwei die Klima wählen. A stone root. Oh, bitte. Bitte nicht. Tut mir nicht an. Das wär ganz heftig verteilen. Scheiße. Ja. Klima Express Trains. Und so. Ach, jetzt richtig. Öh. Alter. Okay. Das wird schon mal nix. Haha. Lelelelelelelel. Plan fehlgeschlagen. hey wo ist denn der erste hin, ah da vorne, nein den krieg ich noch, keine Sorge, ja guck mal der fährt da schon gegen die Wand ja der kriegt eine blue rein, gedrückt, sieht doch schon ganz geil aus hier, wieder auf 1, ich glaub da kann aber noch einer die Strecke, come on dude, fuck, fuck dem hoes ich hier 1 werde, hier ist irgendein Stern, ist der hier drin, da drin, nö, schade, start schon, einer blue bitte, dankeschön, ja jetzt bitte dich, das wär ganz, ganz fatal scheiße, genauso wie ich den Itemkasten verpasst hab, bzw die Itembox verpasst hab, oh le, schon wieder verpasst, aluda, ich feier grad irgendeine scheiße zusammen, ok der Schock, der war ganz ok, aber die hängen mir alles so ziemlich am Arsch dran, moll ich grad feststellen, da wird sonst nix mit den 9k, weil die haben alle 5, 6, 7k VR und der Typ hier, der macht mir grad bisschen Stress, Soll ich da wirklich mal einen SC holen? Alter. Geh mir von der Backen, ey. Scheiße! Wollte backspammen. Ja, lecken. Alter. Ja. Okay, da wird nichts mit dem 9K. Hahaha, scheiße. Voll verschätzt, ey. Fucking Idiot, ey. Ach, halt dein Maul, als ob ich random Bons bekommen. Ficken! Sechster, Alter. Ja, siebter. Da gibt's hier ein Pluspunkte. Ey, ich fick mein Leben, ne? Ich muss hier eins werden, sonst, äh... Kann ich mich verbuddeln gehen. Gadi, come on. Alter! Sorry. Hahaha. Verpiss dich, Junge. Ich war ja auf die nackte Eichel, ey. Strom getriggert! K-k-k-kacke. Ich glaub, da wird nichts mit dem Ersten, oder? Da ist ein Stern! Du Wurrensohn! Der war eigentlich für mich reserviert, aber okay. Okay, okay, okay! Leute, da wird nichts mit dem Ersten. Scheiße. Junge, ich brauch die 9K! Verpisst euch! Da vorne sind die zwei Dullis. Komm, dann krieg ich ihn noch. Geh mir einen Stern oder so. Nein, nicht so eine Scheiße! Hab ich den? Nein! Oh, Leute. Das hier ist grad ein bisschen knapp, ne? Dezent knapp. Komm schon, wer schnell größer wird. Ich, bitte. Zieh die Leyen, Junge! Get out! Ja! Ganz ruhig. Das tut gut. 8,8, Junge. Die 9K krieg ich noch. Keine Sorge. Alles gezählt. War aber schon ein bisschen knapp, ne? Naja, drauf geschissen. Die hab ich geübt. Also, wie die dran kommt, dann muss ich eigentlich Safe 1 werden. Vulkanik Skywax 2. Ja, okay. Ja, geht. Klar. Es ist easy. Ease 1. Ey, Wohrensohn. Komm, geh mal auf 6 hier. Bongo's Item. Ja, schwul! 5 Krippel-Skrums, komm. Ja, geil. Das Spectate-Team. Ja, die sind alle auf einem Kackhaufen hier. Wenn ich hier 1, 2, krieg ich vielleicht plus 30 oder so. Hm. Billo-Schock, ey. Aber alle auf einem Haufen bis dahinten, die ist bei Pisser. Ja, warum fährt der mit Card? BTF? Ist der gay? Soll ich schon mal Item ansagen? Greentail. Ah, shit. Verloren! Komm, geh mal da hier die Wolke. Please! Ja, gay! Come on! Oh. Lul. Hier werde ich doch nicht eins. Hier kann alles passieren. Hier kann ich Erster oder Letzter werden. Naja, wenn ich dazu weggehe, ich habe Punkte minus reingedrückt. Ich werde vielleicht heulen, aber erst mal hier get snippelt. Oder auch nicht. Ja, schön am Sturm vorbei. So muss das sein. Bist nicht, Alter! Jetzt ist der Blue Shell. Das wäre geil. Okay. Ich halte den jetzt. Alles mir jetzt scheißegal. Hurensohn, Hurensohn! Lul, ist der dumm? Ist der dumm? Oh, 8,9 Jungs. Wo habe ich eben angefangen? 8,6, ne? WTF? Also, jungs, wenn ich einen 9K habe, dann mache ich hier erstmal Schluss. Bei einem 9K, Legit, hatte ich noch nie. Ja, klingt peinlich, ist aber so. Ja, mein Gott, da kann ich auch nichts für. Ich meine, Mkw, Betrug oder Glück, ne? Und gerade ist halt Glück, Glückphase. Glücksphase. So rum. Ja, Leute, ne? So ist das halt. Alter, ist das krass. Ja. Da gehört einer mit 9.097 VR rein. Alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Also, wenn ich jetzt einmal eins lade, dann kann ich rund plus 50 plus bekommen. Rund 50 plus bekommen. Ja. Ja, okay, Satzbau war nicht gerade so geil, aber ja. Moonlight downtown. Haben wir schon wieder Uhrzeit, oder was? Aber ich bin, ich glaube, ich letztes Jahr im August oder so gefahren. August 2016, das letzte Mal so. Auf jeden Fall schon so ein saulang, ja. So, ja. Ja, jetzt, ne? Get Ban... Nee, okay. Nee, ich war jetzt die Bananen dann nach hinten trocken, aber... Bittet zu geil. Da fährt einer rein. 100 Pro. Oh, da auch nicht schon nach wo. Vielleicht fährt da einer rein. Ja, fahr, fahr halt gegen die Wand. Okay. Vollkommen okay. 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 Blue Shell, where are you ahead? Mh, Hurensohn, okay. Vor allem 9k legit. Auf meinem dritten Count. Auf meinem ersten Count, glaube ich, 8,7 oder so. Oder auch so 8,8. Aber hier auf dem 8,9, Alter, hatte ich noch nie. WTF. 8,9, das ist, äh... Krass. Last Round. Komm on, boy, you can do it. Bitter. 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 Das ist das Bussität. Lick my anus. Oh Leute, eh! Ich bin jetzt schon zum fünften oder sechsten mal hintereinander erster geworden. Alter, 30 vorher noch. Komm schon! Ah, you can do it! Please. Ein Rennen noch erster, haben wir gepackt, Leute. Come on. Please. Please! Alter! Das wäre so geil, ne? Komm schon, Yoshi Circle. Die kann ich gut. Einmal erster. Alter. Alter, bitte. Ups. Mikro gehittet. Passiert. Oh, die Strecke hier, die ist gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ich habe das Gefühl, hier werde ich nicht eins. Ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht. Wichser. Wichser! Ja. Ja, bullshit, Alter. Ich brauche jetzt ein gutes Item. Give me a good item, please. Ja, okay. Okay. Ja. 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 B Rolles. Take a back spam. Fast! oh boy please braucht nur 30 punkte da verpisse ich mich ja schon nein oh god oh lol 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 jetzt die leinen halten wo setze ich die denn hin platziere ich die denn ich weiß es nicht die text war schon ein bisschen dunkel oh gott hilfe ok leute das sieht nicht schlecht aus der 9000 hinter mir der fällt auch gerade richtig rum nice aha man warum kann ich scheiße nicht zwei runden haben mann ich werde mit euch irgendein scheiß wird noch passieren ob es die items ich selber oder irgendeine random scheiße ist irgendwas wird eh noch passieren ok sehr gut leine halten ich muss aber auch sagen meine gegner sind gerade irgendwie richtig am reinscheißen nicht was die machen Renee okay neee neee passt horas quasi wichtig Das ist mir noch nie passiert. VTF. Alter. Oh mein Gott. Alter, mein Herz. Da könnte ich erstmal anweisen gehen. Leckt mich ja mal. Boah, also das. Das mit dem Holzstamm ist mir noch nie passiert. Alter. 9K. Bäm. Und. So, 9.013 und tschüss. Kein Bock mehr jetzt. Alter, was war denn das? Alter. Ja. Hier, 9.013. Legitness. Ja. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Und man sieht sich. Ne.